jo leute was geht ab neue folge gta online am start beziehungsweise erste folge weiß ich jetzt gar nicht mehr war das was bei mir auf meinem kanal auf jeden fall linken stick reindrücken ästhetik mit dem raketenauto unterwegs und es ist dreht sich erst mal komplett ich muss gestehen wie es auf der tastatur geht weiß ich nicht kann ich sagen hupen-taster der war super weiter richtig weh wo was tust du bitte schön was geht hier ab das habe ich mir nicht getraut aber zugucken kannst du also ok das ist natürlich öde lieber vor dem sprung boosten oder im sprung genau wenn du rechtzeitig vorm sprung boost ist dann kriegst du im sprung noch mal einen boost ansonsten würde ich immer im sprung oder nein sicher dass du so licht hinter mir fahren willst will ich noch nicht ich warte ah wer ist lila nicht lila oh das war dumm ok komm für die fans ja nice easy going du musst da in der luft hast du den checkbot bekommen ja lakker boah schön ist überall mal über ja da rüber boosten ja oh hier trau ich mich jetzt grad nicht mit dem boost ach ich muss raus du und sonic hab ich gesehen die intention das war's für mich schade oh nein bitte nicht obwohl ich könnte aber ich war doch es ist in Ordnung ich fach fair also ich versuche fair zu fahren na warte ist mir das unangenehm gerade hier ne ist noch ein dritter hinter uns ja ich oh gott warum bin ich schneller als die sonic er drückt eh leute da vorne hier ist dauerhaft die gelben aktivieren dauerhaft ja das ist perma boost warte wo sind wir wo fliegen wir ja keine ahnung oh gott oh scheiße das war eine kackidee ja vo... willst du was viel falsch hin nein nicht bei diesem auto hauptsache ich lande oh hast du dich explodiert nein man explodiert eigentlich nur auf dem dach ok und auf der front ne da bin ich gerade gelandet das ging gut geh weg sonic ne das ist storm das ist ein witz oder nein nein ich bin so hoch geflogen ja ich aber auch weil ich ist noch geboostet davon ja ich auch ich habe direkt nach unten geboostet ich bin doch nicht bescheuert ich habe mich gerade nach unten geboostet aber das ist am Anfang das habe ich mich dann da runter gedreht und geboostet ja, das war falsch außer der sprung am ende war ein bisschen scheiße am ende habe ich nicht gerappt am ende habe ich nicht gerappt ich auch nicht ich habe noch boost dann hoch gemacht bin doch höher ich bin dann nochmal ich bring dann nochmal runter gut bin dann oben gespahnt super du bist eh letzter Ja, lehn dich nach vorne, mach Boost. Na dann nicht. Äh, er blickt viel zu weit. Ah, Alter. Also, wie knapp war das? Ich weiß, knapp. Halleluja. Ja, richtig knapp. Ich als Vierter, komm wieder rein. Nee, ich meinte schon Sascha. Ja, das dürfte eine Hundertstel Sekunde sein, oder sowas. Jo, er macht sich gleich beliebt. Alter, ey. Was ist denn falsch mit dir? Ich hab noch nie gewonnen. Alter! Na, fünfhundertstel. Alter. Gefällt mir. Ich bin nicht der Einzige, der es gedisliked hat. Ey, brauch mal einen anderen der Disliked. Finde ich nicht, Bevo, du bist mir immer sympathischer. Bevo ist genutet. Bevo Rage zu sehr, der redet nicht mehr mit uns. Warte mal, warum hat Krischi zwölf Punkte? Nee, der nicht. Was hab ich? Warum hast du zwölf Punkte in der Übersicht? Keine Übersicht. Welche Übersicht? Hier keine Übersicht. Ich bin hier im Mongo-Trupp-Stunt-Rennen 2 von 6. Ich bin grad noch in der... Egal. Jetzt komm ich hinterher. Sascha hat's auch mal geschafft. Sascha ist der Horst. Oh, Sonic. Weißt du? Weißt du? Weißt du welches Rennen das ist? Nein! Weißt du welches Lekrab bei mir läuft, ey? West End Girls. Ist es diese Kack-Huchen-Strecke? Es ist die letzte, die Strecke aus unserer letzten Folge. Oh nein! Oh nein! Die hab ich nicht absichtlich gelobt. Tut mir leid. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, ist echt so. Hatte man da ne Fallschirm? Ja, du kannst mit... Warte. Mit Hupe springen und mit A kannst du dein Fallschirm aktivieren. Was? Tasten auf dem Control? Hupe springen, also Stick reindrücken und A-Taste für Fallschirm. Okay. Groß. Ich hab immer noch kein Selbstvertrauen. Ich wette aufsachen. Ich wette überhaupt nicht mehr. Oh, oh, oh. Ich habe kein Selbstvertrauen. Ich hab eben mein erstes Rennen gewonnen. Geht's jetzt. Das war auch dein einziges. Ja, das ist jetzt. Alter, das hab ich Kitt oder was? Da ist Strecke. Ich hab ganz schlechte Erfahrungen. Wie funktioniert ein Turbo Start? Auf Go drücken. Gas geben, nicht hupen. Was hat nicht funktioniert auf A? Nein, 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 nein. Boah, was? Wo bin ich? Wo bin ich? Ihr Schweine, ey. Oh Gott. Wie lenke ich den da unten? Ja, ja. Perfekt. Wie lenke ich denn nach unten drin? Oh fuck. Äh, nach vorne lehnen. Muss man das Ding treffen? Was musst du treffen? Äh, nein. Storm, ich hasse dich. Ey, ich sag vorher, ich wollte es mal sehen. Ich weiß, wie man nach unten lenken würde das da tun. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Oh, ey, Sonic, komm schon. Ich hab mich auch geredet. Das war nicht geplant. Ich hab versucht zu bremsen, aber... Kann man den Falschabend machen? Okay, auf der Straße. Das war nicht mit Absicht. Klärt hast du. Oh. Ja. Was wolltest du, Krischi? Bitte? Was wolltest du gerade? Was? Wo wohne ich? Was du wolltest. Oh Gott, hallo. Ich meinte nur, oh Gott, Verkehr auf der Straße. Ach so. Das war uns mal quer und ich bin vorher reingerast. Na ja, dann fahr ich halt so slowly mein Rennen. Mach jetzt gleich ein Sieg ein nach der Kurve. Auszeichnung Luftikus. Auszeichnung Luftikus. Aus meiner Kasse ist Luft mit dem Nachnamen. Oh. Oh. Du musst doch nicht. Vorsicht! Entschuldigung! Die Geier ist geil. Die Geier ist geil. Die Geier ist geil. Die sind auf dem ersten Platz. Die Geier ist geil. Oh Gott, was ist die Geier? Was ich jetzt eigentlich? Wir wollen alle Erste werden. Rechte ey. Spassens. Wir haben es auch noch nicht mit uns abgerechnet hier. Mit den zwei letzten Plätzen. Oh. 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 Schaffst du das? Alter nicht. Nein. Nein. Oh. Alter. Was machst du denn? Ach, mach bitte. War eine Drehung. Ich überlege gerade das mit dem Sprung zu machen. Die waren Unfälle. Ich fahr normal weiter. Ich werde Letzter. Game Logic. Das ist die Strecke. Doch. 100 Pro. Das ist die letzte. Die aus unserer letzten Folge. Oh. Ne. Warte. Du kannst ihn wieder mit Arsch schließen und wieder öffnen. Nice. Aber. Oh. Da kommt mir ein Dauch schon wieder hinterher. Das ist um Mathis schon wieder oder nicht? Ja. Ja. Mal einen Abgang Junge. Fallschirb schneller oder langsamer? Langsamer. Langsamer. Okay. Was? Ne. Du bist immer noch weiter von Trotz Fehler weißen. Nein. Du hast mich geschehen wie Fehler oder sowas? Nö. Ich hab auch bis jetzt keinen gemacht und trotz immer. Oh, ich habe Fehler gemacht. Fehler wurden begangen. Wir sind schon Mongos, ne? So büschen. Muss man über diese Popkartons gewaschen? Nein, du kannst durchfahren. Aber ich denke immer, die Bremsen sind büschen ab. Ich habe jetzt einfach einen Jump drüber gemacht, weil ich es bei euch gesehen habe und Angst hatte, dass es so Betonblöcke ist. Hab ich auch gemacht. Willst du noch eine zweite Runde? Nein, ist point to point. Und wann ist das Ziel da? Da vorne bestimmt, oder? Ja, ich habe noch einen Checkpoint vor dem Ziel. Ah ja, klar. Oh Gott, warte mal. Oh Gott, warte mal. Nein, nicht abdrehen! Nicht abdrehen! Los, fliege, kleiner Mann! Oh Gott, schaffe ich den Flug? Ja doch, schaffe ich. Mathis, don't do this. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Mathis, don't do this. Nee, reicht nicht. Oder hab ich Sonic noch kurz... Die werde ich dir die neuen. Alter, ey, wie die Karre auch null beschleunigt, ey. Das ist ja nicht scheiße. Komm schon. Scheißspiel. Das sag ich doch. Ich hab davon einfach gesagt. Was war an der Strecke jetzt schlimm? Ich fand die voll nice. Scheißspiel. Sonic hat die Physik bei diesem Wagen gefickt. Diverse Male. Ich hab's an einer Stelle richtig rumgespackt und dann habe ich... Ich landet nochmal und macht eine 180 Grad Drehung. So früh. Bebo, warum bist du eigentlich gemutet? Passt ja, ich kann ja... Ich bin gerade getrunken. Ich bin aber seit 5 Minuten gemutet. Vorher haben Wixen und dann das getrunken und dann... Ach so. Oh Gott. Oh Gott. Level 30. Uuuuh. Aber er hat nicht in sein Getränk. Na egal. Mongo. Voll windständig. Ich bin der Sascha. Ich hab mich verglückt. Scheiße. Die war viel zu einfach, ey. Sascha, was hast du da für eine Scheiße ausgedacht? Die war echt viel zu einfach, als dass man da Fehler machen hätte. Ja, exakt. Ich hab keinen Fehler gemacht. Ich hab keinen Fehler gemacht. Und trotzdem hast du es nur auf dem dritten geschafft, Sonny. Der erste Sprung über eine Hürde war keine gute Idee. Muss man springen und nicht den Fallschirm ziehen. Ach was. So, jetzt wird ein bisschen rumgekickt. Oh Gott. Nein. Nein, nicht mit diesem Kackauto. Gab's das? Ich verstehe das. Gab's das? Ich verstehe das. Gab's das? Nein, das war's mit den Special. Ach so. Jetzt sind viele am normaleren. Ich kann mir mal kurz erklären, was jetzt... Wir rennen. Rennen fahren. Einfach Rennen fahren. Einfach Rennen fahren. Über ziemlich beschissenen Wagen. Ist korrekt. Alles klar. Ne, da wette ich nicht mehr auf mich. Aber andere tun's. Ich hab's ja, ne. Ich hab's ja, ne. Ey. Bin ich besser. Ich hab ja noch 8600 Bar dabei. Nur? Ich hab mittlerweile über 50.000 durch die Rennen. 100. 26.000. Einfach mal. Ich hab's ja. Es muss erst mal Go und dann... Wenn Go aufblitzt, drück's auf Gas. Ja, alles klar. Voll den Metal-Flecken. Ne, Quatsch. Oh, voll der Turbo mit dem Auto. Oh, Mathez. Oh, Bebo. Ja, genau. Pick mich alle wieder aus dem Leben. Ja, ich wurde ja auch gerät. Oh, Leute. Jungs, wir holen auf. Oh, Leute. Der kann sich gar nicht mitlegen. Oh, scheiße. Nein, das ist Sonic. Ja, da macht Platz da. Oh, shit. What the fuck? Nein. Leute, jetzt habt doch mal ein bisschen Spaß, Mensch. Das ist doch fun. Nee. Das ist scheiße. Sie macht echt Spaß. Oh. Oh, was ist das? Oh, nein. Ich wollte die Folge erst nicht online machen. Oh, nein. Das ist nicht dieses schlechte Auto, oder wäre das eigentlich witzig? Aber dieses Auto ist halt ein mega... Genau deswegen ist es ja lustig. Wenn du dich einmal drehst, kannst du dich mal in der Kontrolle bringen, weil das voll... Das ist voll suck. Das hastige Handlinge. Das ist viel witziger, wenn man Autos hat, die alle stabil sind und man sich die ganze Zeit einfach nur wegkickt. Das ist voll. Nein. What? Oh, Mann. Shit. Storm, don't do this. Was ist passiert? Oh, Gott. Und jetzt wird es richtig cancer. Wieso fahren wir zu dir nach Hause, oder was? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ohne Spaß. Was soll? Oh. Oh, oh. Don't do this. Oh. Oh. Voll sorry. Ich lande einfach ganz normal. Mach einfach Frontflip. Nein. Ich lande einfach ganz normal. Sorry. Was ist denn das hier? Sorry. Oh. Das ist doch fantastisch. Kann nicht sein. Oh. Nein. Alter. Voll gedreht. Ich krieg so was da. Was ist hier? Oh, Gott. Ah. Leute. Nein. Ach, ihr Mongos. Jo. Alles klar. Ey. Kann ich mir mal mit... Ich kann mich nicht richtig rumdrehen. Kannst du jetzt mal aufhören, du Mongos? So, komm her, du Lutscher, ey. Komm her, du Lutscher. Das ist nicht mit Sascha letztendlich. Ich hab' ich doch nie mit dem Auto zwei Runden noch... Nein, warum? Oh, mein Gott. Das ist eine letzte Runde. Ich bin der Bebo, ich muss jetzt alle trollen, weil ich dich aufnehme. Ja, ich... Ja, ich... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist doch das Spielprinzip. Was, tschüss Sascha. Ich bin direkt in euch. Nein, das bist du nicht. Oh, Alter. So, weg mit dir. Oh, oh. Nein. Oh, nein. Mach dich! Oh, lol. Toll. Ah! Gut gerettet. Boah, Alter. Ästhetik. Ja, ich bin ausgewischt neben dir. Exakt. Hallo, Sonic. Also, als erster fährt man voll mit angezogener Handgrenze. Ach, mach einen Abgang. Ja. Ja, ist auch so. Wie durchs Leben geht man. Wie weg. Hui. Nur lieber mit Ästhetik. Sonic. Der mag das. Nein, ich mach nix. Das wird's bei dem Auto immer so. Glaube ich. Warum kommt der von mir weg und ich nicht an ihn ran? Oh, wegen Ästhetik. Komm, du booste dich jetzt auch, Ästhetik. Wenn du mich nicht wegkriegst, wäre ich dir sehr dankbar. Nein, jetzt hab ich den. Ich geb mein Bestes. Das glaub ich dir irgendwie nicht. Ich kann auf dieser kleinen Minikarte überhaupt nicht einschätzen. Ich will, Alter. Oh, Fehler wurden gemacht. Ich könnte dir noch mehr Fehler machen. Null! Sonic hat sich teleportiert. Ja, du bist bei mir ins Bett geleckt. Ich fahre neben Ästhetik. Du klopfst einfach auf. Aus dem Nichts. Bei mir hast du dich teleportiert. Bei mir ist er schon aufgefallen. Bei mir ist er schon einfach irgendwie da gewesen. Der war einfach da auf einmal. Okay, hatte ich. Scheiße. Was? Das ist unfassbar. Ich bin weil Saschas fehlt. Okay, ja. Oh, oh. Weißt du? Noch nicht irgendein Ort. Natürlich Sascha. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Wer soll sonst da vorne gedreht werden? Nein Sascha? Oh, 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 oh. Krischi, was war das denn? Jo. Und ihr fehlen uns alle. Oh, nein. Sonic verpresst dich einfach. Alter. Du Munde. Yo. Oh, 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 oh. Alter. Du nicht. Alter. Nein. Der geht mir wegens Windschatten. Nee. Wieso nicht? Alter ich schwitze hier. Mir ist das zu warm. Wenn wir sind 32 Level zurück. Da musst du mal besser fahren. Warte, fahr doch einfach noch mal weiter, wir haben noch eine ganze Runde. Ja, du hast dich vor mich gedrängelt, du Mongo. Die Strecke ist 5 Meter breit und du fährst vor mich. Wozu soll ich vom Gas gehen? Das war eine gerade Strecke. Weil du mich abdrängen wolltest, richtig? Ja, warum ziehst du dann zu mir rüber? Kann ich ja nichts für. Ach so. Ich hab keine Basis in dem Gelb. Ja, das ist richtig. Fuck, verpiss dich bitte. Oh, oh, das war eine Scheißidee. Ich sicht die Mild Air. Nein! Das ist ein Scheißversäger. Ja, komm, wir versuchen ein Pferd zu fahren. Ich fahr auch rechts rüber. Ich versuch's! Oh, shit! Hey, Rocket League, nice! Bebo räumt erst mal aus. Du bist viel zu nett in dem Spiel zu mir. Aber ich bin auch noch da, bitches! Ich hab dich weggeschickt und du bist so nett zu mir. Wie hast du weh? Sorry. Aber verdient. Danke für die Boost! Ich hab dir vertraut! Mufasa! Alter, bin ich lahmarschig! Sascha, kannst du heute Nacht gut schlafen? Was ist los? Fuck! Nein! Ja! Das krieg ich jetzt gar nicht! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Was tust du denn? Nein! Ach komm, Alter! Das ist unfassbare Drecksauto. Ich spiel gerade auf dem Stadtschleif. Ich versuch's nicht mehr aufzunehmen. Ja, ich war auf der Leitplanke gelandet. Oh, fuck! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Jawohl! Erster! Wuhuu! Wuhuu! LOL! LOL! Dich hab ich überhaupt nicht gesehen! Boah, ey! Und wie immer sehen wir anhand von Bevorius... Troll! Hilft immer anscheinend! Ja, alles kann nicht gut mit sich! Troller haben's einfach besser im Leben. Nice one, Sonic. Ich hab dich überhaupt nicht kommen sehen. GG Bevo! Boah! Ey, diese Kurve vor dem Ziel, ne? Ist so meine Lieblingskurse. Boah! Das ist echt so. Ja, das ist echt so. 7, 6, 5... Wow! Wow! Wee! Bam! Ich hab eigentlich nur auf Demo warten wollen. Er ist da! Er ist da! Yes! Warum fährt mein Typ die ganze Zeit gegen die Wand? Boah, das bringt's voll! 13.000 Dollar! Ach, Alter! Ja, sicher! Mathis, eben grad seh ich mich trotzdem nicht in der Schuld. Maximal! Du bist zu mir rübergezogen! Nicht andersrum! Ach! Trotzdem, wenn bei mir sowas passiert, dann geh ich meistens ein bisschen vom Gas um das wenigstens zu verhindern. Jetzt muss ich mal kurz... Warte! Ich bin hier unter euch! Warte! Ja, das kann man erlauben oder nicht? Warte! Ja, natürlich ist... Du musst mit dem Flame danach rechnen, aber... An sich kann man nix gegen Kram machen! Na, ich hab's halt nie mehr Absicht gemeint, oder? Ich fahre mit dem Salz rechnen! So, Mathis, darf's! Jo, das war's dann für heute schon mal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!